Auf verlorenen Posten von David Weber. Es liest Nicole Engeln. Das Ticken der antiken Uhr füllte den Konferenzraum und erschien fast ohrenbetäubend laut. Der Erbpräsident der Volksrepublik Haven starrte die Mitglieder seines Militärkabinetts an. Der Wirtschaftsminister wich dem Blick des Regierungschefs voller Unbehagen aus. Die Kriegsministerin und ihre uniformierten Untergebenen aber wirkten beinahe aufsässig. Meinen Sie das etwa ernst? verlangte Präsident Harris zu wissen. Ich fürchte ja, antwortete Minister Frankel unfroh. Er scharrte zwischen seinen Memo-Chips herum und überwand sich schließlich dazu, dem Präsidenten in die Augen zu sehen. Die letzten drei Quartale bestätigen die Hochrechnung, Sid. Er warf seiner militärischen Ministerkollegin einen sauren Seitenblick zu. Es liegt am Flottenetat. Wir können einfach nicht derart viele Schiffe bauen, ohne... Wenn wir nicht so viele davon bauen, unterbrach Elaine Dumarest in Scharf, dann landen wir auf dem Bauch. Wir reiten einen Neo-Tiger, Mr. President. Auf wenigstens einem Drittel der besetzten Planeten gibt es hirnamputierte Befreiungsbewegungen. Und als ob das nicht genug wäre. Sämtliche angrenzenden Systeme bewaffnen sich bis an die Zähne. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand sich auf uns stürzt. Ich glaube, sie überreagieren, Elaine. Nein, warf Ronald Berggren ein. Der Außenminister strich sich über den Bleistift dünnen Schnurrbart und bedachte Dumarest dabei mit einem Stirnrunzeln. Sicherlich rüsten alle auf. Ich an ihrer Stelle täte das Gleiche. Aber keiner ist stark genug, um es mit uns aufzunehmen. Vielleicht im Moment noch nicht, erwiderte Admiral Parnell düster. Doch wenn unsere Kräfte woanders gebunden sind oder eine Revolte großen Maßstabs ausbricht, dann erliegen einige unserer Nachbarn möglicherweise der Versuchung, einen kleinen Schaufenstereinbruch zu begehen. Darum benötigen wir mehr Schiffe. Und mit allem schuldigen Respekt gegenüber Mr. Frankel, sagte der Chef des Admiralstabes, ohne dabei sonderlich respektvoll zu klingen, »Es ist schließlich nicht der Flottenhaushalt, der die Bank sprengt, sondern die Anhebung des Lebenshaltungszuschusses. Wir müssen den Dolisten klar machen, dass jeder Futternapf auch mal leer wird. Bis wir wieder Boden unter den Füßen haben, müssen wir sie davon abhalten, unser Geld ins Klo zu spülen. Wenn wir diese nichtsnutzigen Drohnen loswerden und sei es nur für ein paar Jahre, na, das ist ja eine wundervolle Idee,« fauchte Frankel. »Die LHZ-Anhebungen sind das Einzige, was den Mob im Zaum hält. Die Leute haben die Kriege unterstützt, um ihren Lebensstandard zu sichern. Und wenn wir nicht, das reicht!« Präsident Harris knallte die flache Hand auf den Tisch und starrte seine Minister in der darauf folgenden, erschrockenen Stille feindselig an. Er ließ die Stille noch einen Augenblick im Raum stehen. Dann lehnte er sich zurück und seufzte. »Es führt zu nichts, wenn wir uns gegenseitig anschreien und mit den Fingern aufeinander zeigen,« sagte er milde. »Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Entgegen unseren Hoffnungen hat der Duquesne-Plan sich nicht als die Antwort auf alle Fragen erwiesen. »Da muss ich widersprechen, Mr. President,« entgegnete Dumourist. »Der Grundplan bietet eine solide Basis. Und außerdem ist es nicht so, dass uns noch eine andere Wahl bliebe. Wir haben es versäumt, für die notwendigen Ausgaben ausreichende Mittel bereitzustellen. Und die Steuern zu ihrer Erhebung,« fügte Frankel mürrisch hinzu. »Wir können nur so und so viel aus den planetaren Ökonomien herauspressen. Und ohne weitere Einkommensquellen können wir nicht gleichzeitig mit den LHZ-Zahlungen fortfahren und ein Militär finanzieren, das stark genug ist, damit wir auch behalten, was wir schon haben.« »Wie viel Zeit bleibt uns?«, fragte Harris. »Mit Bestimmtheit lässt sich das nicht sagen. Über Tünchen kann ich die Risse noch für eine Weile, vielleicht sogar den Anschein von Überfluss wahren, aber nur, wenn ich Peter beraube, um Paul zu bezahlen. Doch ehe die Ausgabekurven rapide fallen oder wir eine bedeutende neue Steuerquelle finden, leben wir auf Pump und es wird alles nur noch schlimmer.« Er verzog den Mund zu einem humorlosen Grinsen. »Zu schade, dass die meisten Systeme, die wir hinzugewonnen haben, in keiner besseren wirtschaftlichen Verfassung waren als wir selbst. Und Sie sind sicher, dass wir die Ausgaben für die Flotte nicht ein wenig zusammenstreichen können, Elaine?« »Nicht ohne ernsthafte Risiken einzugehen, Mr. President. Admiral Parnell hat vollkommen recht mit seiner Einschätzung, wie unsere Nachbarn auf ein Zeichen von Schwäche unsererseits reagieren würden.« Nun war es an ihr grimmig zu lächeln. »Ich nehme an, wir haben es Ihnen oft genug vorgemacht. Vielleicht,« sagte Parnell, »aber es gibt eine Antwort darauf.« Alle Augen richteten sich auf Parnell und er zuckte mit den Schultern. »Wir müssen Sie jetzt fertig machen. Wenn wir die verbleibenden militärischen Mächte an unseren Grenzen ausschalten, können wir selbst uns vielleicht auf eine etwas friedlichere Linie zurückziehen.« »Mein Gott, Admiral!«, schnaubte Bergrin. »Zuerst erzählen Sie uns, wir könnten nicht behalten, was wir haben, ohne uns in den Ruin zu rüsten, und nun wollen Sie zusätzlich ein paar neue Kriege vom Zaun brechen?« »Ich werde nie dahinter kommen, wie der militärische Verstand funktioniert. »Halten Sie mal für einen Augenblick die Luft an, Ron!«, brummte Harris. Er wandte den Kopf abrupt dem Admiral zu. »Können wir das durchziehen, Amos?« »Ich denke schon,« antwortete Parnell, nun etwas vorsichtiger. »Das Schwierige daran wäre das Timing.« Er berührte einen Knopf, woraufhin über dem Tisch eine holographische Karte zum Leben erwachte. Die geschwollene Kugel der Volksrepublik füllte den nordöstlichen Quadranten aus. Parnell wies auf eine Reihe bernsteinfarbener und roter Sonnensysteme südlich und westlich davon. »Außer dem Andermann-Reich befinden sich keine Multisystemmächte in der Nähe,« erläuterte er. »Die meisten Einzelsystemregierungen sind kleine Fische. Wir könnten jede einzelne davon mit einem einzigen Kampfverband ausschalten, trotz ihrer Rüstungsprogramme.« Was sie gefährlich macht, ist die wahrscheinliche Möglichkeit, »dass sie sich zu einer Koalition organisieren, wenn wir ihnen die Zeit dazu lassen.« Harris nickte nachdenklich. Dann streckte er den Arm aus und berührte eine der Lichtperlen, die in einem warnenden Blutrot glühten. »Was ist mit Manticore?«, wollte er wissen. »Manticore ist der Joker,« gestand Parnell. »Groß genug, um sich uns in den Weg zu stellen, wenn es den Mumm dazu aufbringt.« »Warum lassen wir es da nicht in Ruhe oder heben es uns zumindest bis zum Schluss auf?«, fragte Bergrin. »Manticos politische Parteien und Fraktionen sind furchtbar zerstritten über die Frage, was sie unseretwegen unternehmen sollen. Sollten wir uns da nicht zunächst um die anderen kleinen Fische kümmern?« »Uns ginge es schlechter als vorher, wenn wir das täten,« wandte Frankel ein. Auch er drückte auf einen Knopf, und zwei Drittel der bernsteinfarbenen Lichter auf Parnells Sternenkarte wurden kränklich graugrün. »Jedes dieser Systeme liegt ökonomisch genauso am Boden wie wir,«, stellte er klar. »Es würde uns tatsächlich Geld kosten, sie zu erobern, und bei den übrigen würden wir gerade so plus minus null herauskommen. »Die Systeme, die wir haben müssen, liegen weiter südlich, in Richtung des Arran-Knotens oder der Silesianischen Konföderation im Westen.« »Warum holen wir sie uns da nicht?«, fragte Harris. »Weil Arran Mitglied der Liga ist, Mr. President,« antwortete Dumourist. »Und weil die Liga glauben könnte, wir wollten ihr das Territorium streitig machen, wenn wir nach Süden vordringen. Das könnte sich als schlechte Idee erweisen.« »Ringsum Kopfnicken.« Die Solare Liga besaß die reichste, mächtigste Wirtschaft in der erforschten Galaxis. Doch ihre Außen- und Militärpolitik war das Ergebnis so zahlreicher Kompromisse, dass sie im Grunde nicht existierte. Niemand im Raum wollte den schlafenden Riesen so sehr erzürnen, dass er eine ernstzunehmende Politik entwickelte. »Also können wir schon mal nicht nach Süden,« fuhr Dumourist fort. »Wenn wir nach Westen gehen, bringt uns das wieder zurück zum Antikor.« »Warum?«, fragte Frankel. »Wir könnten Silesia ausschalten, ohne uns Manticor weiter als bis auf 100 Lichtjahre zu nähern. Wir könnten einfach über den Manticoranern durchziehen und sie in Ruhe lassen.« »Ach ja?«, entgegnete Panell herablassend. »Und was, bitteschön, ist mit dem Wurmlochknoten von Manticor. Der Terminus im Basilisk-System läge mitten auf unserem Weg. Wir müssten das System schon wegen der Deckung unserer Flanke nehmen. Wenn wir es bleiben ließen, würde die manticoranische Navy trotzdem schnell begreifen, was Manticor bevorsteht, sobald wir erst um ihre Nordgrenze herum expandieren. Manticor hätte keine andere Wahl, als uns zu stoppen. »Wir könnten uns nicht mit Manticor einigen?«, wandte Frankel sich an Burgren und der Außenminister bedachte ihn mit einem Schulterzucken. »Die manticoranische Freiheitspartei könnte, was Außenpolitik angeht, den eigenen Hintern mit beiden Händen nicht finden. Die Progressiven würden sich wahrscheinlich auf einen Handel einlassen, aber sie haben nichts zu sagen. Das besorgen die Zentralisten und die Kronloyalisten, und die hassen uns wie die Pest. »Elizabeth III. hasst uns noch mehr. Selbst wenn die Freiheitler und die Progressiven die Regierung überstimmen könnten, würde die Krone niemals mit uns verhandeln.« Frankel zupfte an seiner Lippe, dann seufzte er. »Das ist schlimm, denn wir haben ein weiteres Problem. Unsere Außenhandelsbilanz ist schlecht genug, aber drei Viertel unseres Außenhandels laufen über den manticoranischen Knoten. Wenn manticoranische Knoten für uns schließt, dann erhöht das die Verschiffungszeiten um Monate, von den Kosten ganz zu schweigen. »Das müssen Sie mir gerade sagen«, rief Parnell. »Durch den Terminus von Trevors Stern schenkt dieser verdammte Knoten ihrer Navy eine Ausfallstraße direkt ins Herz der Republik. Aber wenn wir manticoranische Knoten besiegen, dann gehört der Knoten uns«, sagte Tumorist leise. »Überlegen Sie, wie das unsere Wirtschaft ankurbeln würde.« Frankel blickte hoch, in seinen Augen glomm Habsucht auf. Der Knoten gab dem Königreich von Manticor ein Bruttosystemprodukt von 87 Prozent des Solsystems. Harris bemerkte den Gesichtsausdruck des Wirtschaftsministers und warf dem Mann ein kurzes, hässliches Grinsen zu. »Also gut, fassen wir zusammen. Wir stecken in der Tinte und sind uns darüber auch im Klaren. Wir müssen weiterhin expandieren. Manticor ist uns im Weg. Wenn wir Manticor ausschalten, päppelt das unsere Wirtschaft deutlich auf. Die Frage ist, wie gehen wir die Sache an?« »Egal, was wir mit Manticor tun«, sagte Panell nachdenklich, »wir müssen uns um die Problempunkte im Südwesten kümmern.« Er wies auf die Sonnensysteme, die Frankel graugrün gefärbt hatte. »Es wäre eine lohnende Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit Manticor. Aber es wäre wesentlich klüger, wenn wir zuerst Manticor ausschalten und uns danach den kleinen Fischen zuwenden.« »Einverstanden«, nickte Harris. »Vorschläge, wie wir das angehen könnten?« fragte er noch einmal. »Lassen Sie mich das mit meinem Stab besprechen, Mr. President. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Der Knoten könnte sich als zweischneidiges Schwert erweisen, wenn wir es nicht richtig angehen.« Die Stimme des Admirals war immer leiser geworden. Er riss sich zusammen. »Lassen Sie mich das mit meinem Stab besprechen«, wiederholte er. »Und besonders mit dem flotten Nachrichtendienst. Ich habe eine Idee, aber sie muss noch ausgearbeitet werden.« Er legte den Kopf in den Nacken. »Zu welchem Ergebnis wir auch immer kommen. Ich kann Ihnen vermutlich in einem Monat einen Vorschlag liefern. Wäre das annehmbar?« »Vollkommen, Admiral«, antwortete Harris und vertagte die Sitzung. Der flauschige Pelzball in Honor Harringtons Schoß regte sich und streckte einen runden Kopf mit spitzen Ohren vor, als das beständige Wummern der Schubdüsen des Shuttles erstarb. Ein zierlicher Mund gähnte und ließ nadelspitze Zähne erkennen. Dann drehte die Baumkatze den Kopf, um Honor mit großen, grasgrünen Augen anzusehen. »Bliek?« fragte die Katze und Honor lachte leise. »Selber Bliek?« antwortete Honor und kitzelte die Baumkatze am Rand des Näschens. Die grünen Augen schlossen sich, dann streckte die Baumkatze vier ihrer sechs Gliedmaßen aus, um Onnas Handgelenk mit samtweichen Pfoten zu umfassen. Honor lachte wieder und zog die Hand zurück, um ein freundschaftliches Gerangel einzuleiten. Die Baumkatze entrollte sich zur vollen Länge von 65 Zentimetern, den Schwanz nicht eingerechnet, und vergrub die Echtpfoten unterhalb von Onnas Brustkorb. Dabei gab sie ein tiefes, summendes Schnurren von sich. Der Griff der Handpfoten wurde stärker, doch die mörderischen Krallen, jeder einzelne ein voller Zentimeter, gekrümmten, rasiermesserscharfen Elfenbeins, blieben eingezogen. Honor war einmal Augenzeugin geworden, wie die Krallen einer anderen Baumkatze das Gesicht eines Menschen zerschlitzt hatten, der töricht genug gewesen war den Gefährten, dieser Baumkatze zu bedrohen. Doch sie sorgte sich nicht. Außer zur Selbstverteidigung oder zu Onnas Schutz würde Nimitz ein menschliches Wesen ebenso wenig verletzen, wie Baumkatzen jemals zum Vegetarier konvertierten. Honor löste die Hand aus Nimitz' Griff und setzte sich das lange, geschmeidige Geschöpf auf die Schulter. Ein Zug, den es mit noch begeistertem Schnurren vergalt. Nimitz war, was die Raumfahrt betraf, ein alter Hase und wusste, dass an Bord kleiner Raumschiffe unter Antrieb der Zutritt zu Schultern verboten war. Doch er wusste auch nicht.